In dem heutigen Video geht es darum, wie man bei Twino ein Auto-Invest-Portfolio richtig einstellt, worauf es dabei zu achten gilt und wie ich selbst meine persönlichen Auto-Invest-Einstellungen bei Twino ausgewählt habe. Viel Spaß! Ein Auto-Invest-Portfolio bei Twino anzulegen ist relativ einfach erklärt und schnell gemacht. Dafür geht ihr zunächst auf den Investieren-Tab und danach seht ihr dann gleich als erstes den Auto-Invest. Dort könnt ihr dann eure gewünschten Konfigurationen eingeben, speichern und diese dann bei Bedarf im Tab Auto-Invest-Portfolios anpassen. Befassen wir uns nun mit den unterschiedlichen Kriterien beim Twino Auto-Invest, was diese bedeuten und welche Einstellungen ich persönlich vorgenommen habe. Insgesamt gibt es 10 Faktoren, die wir beim Auto-Invest einstellen können. Die Portfoliogröße, den Anlagebetrag pro Kredit, den Zinssatz, die Laufzeit, die Kreditnehmerländer, die Kreditart, das Kreditrating, den Kreditstatus, den Währungseinfluss und die Reinvestition. Schauen wir uns diese Elemente nun im Einzelnen an. Mit der Portfoliogröße, die im deutschen Interface als Ihre Investition angezeigt wird, kannst du die maximale Grenze festlegen, bis zu welcher der Auto-Invest bei Twino investieren soll. Diese Funktion ist besonders dann nützlich, wenn man nicht mehr als eine bestimmte Summe investieren möchte. Die Funktion eignet sich auch sehr gut für Anleger, die eine ausschüttende Strategie verfolgen. Denn dadurch muss der Auto-Invest nicht jedes Mal pausiert und wieder reaktiviert werden, sondern man kann die zurückgezahlten Gelder am Ende des Monats entspannt abziehen und der Auto-Invest funktioniert ganz normal weiter. Aber Vorsicht! Wenn die Portfoliogröße versehentlich zu niedrig eingestellt ist, werden keine weiteren Gelder über diese Grenze hinaus investiert. Genau das ist mir jetzt kürzlich auch selbst passiert, da ich scheinbar eine Grenze von 2000 Euro eingegeben habe. Nachdem ich im Mai zum dritten Mal 1000 Euro bei Twino eingezahlt hatte, wurde das Geld entsprechend nicht investiert. Erst drei Wochen später bemerkte ich den Fehler und konnte diesen dann beheben. Langfristig ist das zwar nicht weiter schlimm, kurzfristig zeigt sich dieser Fehler aber durchaus in der Xil-Rendite, welche Volumen und Zeit gewichtet funktioniert. Mehr dazu später. Machen wir weiter mit dem Anlagebetrag, wo du festlegen kannst, wie viel Geld du in einen einzelnen Kredit investieren möchtest. Der Mindestanlagebetrag liegt auf Twino bei 10 Euro, was bei Peer-to-Peer-Plattformen mit Konsumkrediten ein absoluter Standard ist. Je geringer der investierte Betrag, desto eher sollte man den Anlagebetrag auch auf 10 Euro pro Kredit belassen, um somit eine halbwegs ordentliche Diversifikation zu erzielen. Persönlich möchte ich bei unbesicherten Konsumkrediten mindestens 200 unterschiedliche Kredite im Portfolio besitzen, was einem Diversifikationsgrad von 0,5 entsprechen würde. Ein Faktor von 1, was 100 Krediten entsprechen würde, sollte als absolute Mindestgrenze betrachtet werden. Der Zinssatz kann im Twino Auto Invest von 1% bis 99% eingestellt werden. Ein Blick auf die aktuell angebotenen Zinssätze verrät jedoch, dass die Spanne der Kredite aktuell bei zwischen 8% und 14% liegt. Die niedrigsten Zinsen erhält man für lettische Geschäftskredite mit 8% Verzinsung, wohingegen die Konsumkredite in Lettland, Polen und Russland mit durchgehend 10% Rendite angeboten werden. Wer mit Währungseinfluss investieren möchte, der kann bei russischen Konsumkrediten auch 14% erzielen, allerdings kommen wir darauf gleich nochmal zu sprechen. Die Kreditlaufzeit, die kann bei Twino zwischen einem Monat und 60 Monaten liegen. Je nach Anlagehorizont und Bedürfnis nach Liquidität kann hier der entsprechende Zeitraum angegeben werden. Was das aktuell ausstehende Kreditportfolio angeht, so besitzen 53% der Kredite eine Laufzeit von bis zu 2 Monaten, worunter vorrangig die polnischen und russischen Payday-Loans fallen und 47% der Kredite besitzen eine Laufzeit von 3 bis zu 60 Monaten. Bei den Ländern stehen aktuell 5 Kreditnehmermärkte zur Auswahl. Lettland, Polen, Russland, Kasachstan und Vietnam Bei Lettland handelt es sich um den ältesten Markt von Twino, wo man als Kreditgeber schon seit 2009 die ersten Verbraucherkredite finanziert hat. Bei Polen sei aus aktuellem Anlass auf meine Analyse des polnischen Kreditmarktes verwiesen, an der auch Twino viel bei der Recherche mitgeholfen hat. Russland ist der auf Twino am stärksten vertretene Kreditnehmermarkt. Dem letzten konsolidierten Geschäftsbericht konnte entnommen werden, dass 2019 81% der finanzierten Kredite aus Russland gekommen sind. In Kasachstan werden aktuell keine Kredite angeboten und in Vietnam, wo man seit Anfang 2020 Kredite finanziert, ist die Einführung von asiatischen Konsumkrediten für die nächsten Wochen angekündigt worden. Machen wir weiter bei der Kreditart. Hier besteht die Möglichkeit, in drei unterschiedliche Darlehenstypen zu investieren. Verbraucherkredite, Geschäftsdarlehen und Rechnungsfinanzierungen. Die Konsumkredite machen aktuell einen Anteil von 90% bei Twino aus, der Rest verteilt sich auf die Immobilien- und Geschäftskredite. Beim Kreditrating wird es spannend. Neben der Option Ventures, worunter Twino seine neuen Investitionsmöglichkeiten in der Immobilienbranche zusammenfasst und die eigentlich bei der Kreditart gelistet werden sollte, gibt es die Möglichkeit, die Optionen Rückkaufgarantie und oder Zahlungsgarantie auszuwählen. Beide Optionen sind sich zwar relativ ähnlich, besitzen jedoch unterschiedliche Ausprägungen. Eine genaue Unterscheidung und welche Garantie sich für welchen Typ von Investor eignet, kann im letzten Video nachgeschaut werden. Was den Kreditstatus angeht, so haben wir beim Twino Auto Invest drei Möglichkeiten. Aktuelle Kredite sind relativ selbsterklärend. Bei den verlängerten Darlehen haben Kreditnehmer bereits die Möglichkeit in Anspruch genommen, die Rückzahlung des Kredits zu verlängern. Bei Twino ist das bis zu sechs Mal und jeweils 30 Tagen möglich. Bei verzögerten Darlehen ist der Kreditnehmer mit der Rückzahlung des Kredits in Verzug. Was das in diesem Fall für den Investor bedeutet, kann dem entsprechenden Kreditrating entnommen werden. Beim Währungseinfluss haben Investoren die Möglichkeit, in Kredite zu investieren, die an die Landeswährung des ausstellenden Landes gebunden sind. Bei Twino wäre das aktuell mit Krediten aus Kasachstan und Russland möglich. Dadurch erhält man die Möglichkeit, die Rendite auf bis zu 14% zu steigern. Aber Vorsicht! Die Erträge sind maßgeblich an die Wertentwicklung der Währung gekoppelt, was sich sowohl positiv als auch negativ auswirken kann. Aufgrund einer massiven Abwertung der kasachischen Tenge als auch des russischen Rubels im letzten Jahr haben sich viele Investoren dabei ordentlich die Rendite versaut. Aus diesem Grund investiere ich nur ohne Währungseinfluss, da ich mir nicht anmaßen möchte, die Wertentwicklung einer Währung vorhersehen zu können. Und wer sich unbedingt an einer Währungsspekulation beteiligen möchte, der muss dafür eigentlich auch nicht unbedingt auf einer Peer-to-Peer-Plattform aktiv sein. Bei der letzten Auswahl geht es im Twino Autoinvest um die Reinvestitionen. Dadurch kann bestimmt werden, ob der zur Verfügung stehende Grundbetrag des Portfolios in die Autoinvest-Einstellungen reinvestiert werden kann. Diese Option habe ich persönlich aktiviert. Hier nochmal kurz und knackig für euch meine ausgewählten Autoinvest-Einstellungen bei Twino. Bitte denkt aber daran, dass das nur meine persönliche Herangehensweise ist, die zudem auch sehr stark auf Liquidität ausgerichtet ist. Diese Strategie muss in keiner Art und Weise auch eurem Ansatz entsprechen. Meine persönliche Rendite, die liegt nach 6 Monaten bei 7,96%. Dass diese als etwas zu niedrig erscheint, ist zum einen auf dreimalige Einzahlungen in einem halben Jahr zurückzuführen, weil das Geld immer auch ein bisschen Zeit benötigt, um Erträge abzuwerfen, als auch auf meine jüngsten drei Wochen, in der 1.000 Euro nicht für mich gearbeitet haben. Da die Xil-Rendite Volumen als auch zeitgewichtete Faktoren berücksichtigt, lässt sich dadurch die etwas zu geringe Performance erklären. Zum Abschluss noch zwei häufig gestellte Fragen im Zusammenhang mit dem Twino Autoinvest. Erstens, warum investiert der Autoinvest bei Twino nicht? Wenn der Autoinvest bei Twino kein Geld anlegt, dann kann das mehrere Ursachen haben. Entweder wurde die Portfoliogröße zu klein eingestellt, sodass der Autoinvest nicht mehr reinvestiert. Die gewählten Kriterien passen nicht zum verfügbaren Kreditangebot oder das Kreditangebot selbst ist temporär deutlich geringer als die Nachfrage, was in jüngerer Vergangenheit eher selten vorkam. Und zweitens, lohnt es sich mehrere Autoinvest-Portfolios bei Twino zu erstellen. Wenn man unterschiedliche Strategien verfolgen möchte, kann man das natürlich machen. Allerdings wüsste ich persönlich nicht, warum man das nicht auch in einer Autoinvest-Strategie festlegen kann. Ob man dadurch vielleicht schneller sein Geld investieren kann, kann ich aktuell nicht beurteilen. Wenn euch meine Ausführungen zum Twino Autoinvest gefallen und gegebenenfalls auch weitergeholfen haben, dann lasst gerne ein bisschen Liebe auf meinem Kanal da und unterstützt mich bei meiner Arbeit. Wer noch mehr über Twino erfahren möchte, der kann sich hier noch weitere Inhalte zur lettischen Peer-to-Peer-Plattform ansehen.